...Insta-Casino. Nicht zum Spielen, natürlich. Hey, tell me, wann hast du heute Schluss? Um halb 11. Willst du warten? Neueste Meldung. Cartoon Breezy wurde heute die Kaution verweiligt. Er ist des bewaffneten... Breezy? Nachdem fragt die letzte Zeit hier irgendwie jeder. Ich hab gehört, er soll Geld bei sich versteckt haben. Da sollte er gut drauf aufpassen, meinst du nicht? Da und da baut sich was zusammen, Herr Lachthof. Und zwar nicht so süß-sauer. Da ist dieser Typ, Paolo. Er nennt sich das Schwein. Und das zu Recht. Und das Schwein wird ein Stück von Breezy's Kuchen, während der eingesperrt ist. Ja, und dann hat er dann auch gleich seine Spielhalle in die Luft gejagt. Und die flüchten jetzt in einem gelben, ich hätte beinahe gesagt, postgelben Trike, besonders den Ding festmachen. Dazu nehmen wir unseren Grand Torino. Und nicht wahlweise die Limousine, die ist ein bisschen zu langsam. Und eine Schussgenauigkeit sollen wir von über 75 Prozent haben. Kein Easy Rider. Hallo und moin moin an alle Starsky & Hutsch Fans. 250 bräuchten wir für die Bronzene, 500 für die Seelwände, 750 für die Goldene Polizeimarke. Und los geht's. Alle Einheiten, Explosion in der Bay, Ecke 15. Verdächtige fahren ein gelbes Strike. Ein gelbes Strike? Allein dafür müsste man sie verhaften. Weglos fahren. Schon mal wieder. Scheiße. Scheiße. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, 760 Punkte, wir haben also die Goldene erreicht, wunderbar, okay, tschüss und moin, bis zum nächsten Mal